Hallo Leute und herzlich Willkommen zu neuen Runde von Rogue Company. Hi! Heute spielen wir Dima. Wenn ich mal Lust hatte, Dima zu spielen. Er ist einer der Charaktere, die ich seit Negativ gespielt habe, also hochgeladen habe. Und ja, da sind wir hier. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welchen Rogue ich jetzt nicht bin, soll ich gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich mich darüber freuen. Wir spielen heute den Dodgeball Modus. Also den wöchentlichen Modus. Zeitbegrenzten Modus. In Depot. Glaube ich war das? Ne, es war glaube ich... Ich glaube Favelas sogar. Egal. Jedenfalls auf einer der Maps. Leider nicht auf den Dächern. Ich habe da vorhin noch eine Runde aufgenommen. Leider war das Team aber auch unglaublich schlecht. Danach habe ich noch eine Runde aufgenommen. Leider war das Team unglaublich schlecht. Daher sind wir jetzt hier. Und hoffen wir, dass das Team nicht unglaublich schlecht ist. Ich beschreibe jetzt aber. Ich nehme die Mamba mit. Mit der spiele ich zu selten. Und die ist eigentlich in solchen Modus. Die ist bestimmt sehr stark. So, dann hoffen wir, dass das Team wirklich gut ist. Weil besser ist jedenfalls. Das ist einfach nur frustrierend. Das Problem ist aber, ich falle die eine Runde nach der anderen. Und es ist einfach nur anstrengend so. Das macht keinen Spaß. So, ok. Ich sehe jetzt noch niemanden. Ich werde trotzdem kurz hier stehen. Die sind alle hinten. Und du bist tot. Ich dachte da hinten war jetzt jemand oder? Oh, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen. Oh nein. Nein. Ach komm schon. Es wird nichts. Wieso? Wie konnten sie mich da die ganze Zeit verfolgen? Ach komm schon. Ah. Ist anstrengend. Ja gut. Ich hätte gerne irgendwas gesehen und irgendwas anfalten können. Leider sind die Leute aber jetzt gestorben und dann wurde ich von der Phantom verfolgt. Ich dachte sie würde vor mir sein und von dort aus schließen und nicht einer Seite von mir. Also es ist etwas unangenehm gelaufen. Ich bleibe jetzt mal mit dem Team und hoffe, dass sie nicht sofort sterben. Wäre ich sehr dankbar für. Ich habe Schaden gemacht und irgendwas da hinten ist. Run. Nein. Ich gehe aggressiv drauf. So. Ähm. Okay. Oh Gott. Wir müssen schnell kehren. Dankeschön. Halt mich hinweg. Gib mir das Geld. Dann scann ich gar nicht. Aber okay. Na gut. Ich hätte mir denken können, dass da dahinter ist. Aber egal. So. Die Frage ist, war es eine gute Idee, die Phantom anzutanzen? Oder wird es jetzt böse zu mir sein? Weil das kann ich mir gut vorstellen. Manche Menschen sind keine großen Fans davon, wenn man sie antanzt. Ich bin ich auch nicht. Aber trotzdem. Das musste sein. Der hat mich so genervt. Oh, du bist aggressiv. Okay. Aber gut. So. Seit wann sind hier Hüter? Okay. Interessant. Ähm. Ist alles aber jetzt hinten? Ach nö. Okay, wieder leckt das gerade ein bisschen. Ähm. So. Was machen wir jetzt hier? Was machen wir jetzt hier? Da hinten ist die Phantom. Ne, okay. Schaffe ich nicht. Äh. Ja. Ach nö. Warte. Nö. Ach komm schon. Weg mit der. So. Wer sitzt da hinten irgendwo? Ja. Da hinten ist sie. Ich hab den Schatten gesehen. So. ist da hinten dabei. Ich möchte nicht gekriegt werden. So. Okay. Sehr schön. By the way, ich treff mir nach dem A nicht gut. Ich treffe nach dem A gar nicht gut. Aber. Äh. So schlecht darf es auch wieder nicht. Ich hab das. Aber genau. Ich glaub ich hab jetzt nicht in dieser Runde davon gesprochen. Aber jedenfalls immer wenn ihr irgendwie noch alleine seid. Dann killt einfach. Killt den Gegner. Wenn jemanden down hat, dann killt den. Es gab nur noch, ob da noch jemand steht oder so. Ob ihr euch selber machen könnt müsst. Dass ihr selber sterbt. Wenn der Gegner killt. Dann wird anders euer Team wieder gespielt an einem anderen Ort. Und es gibt so ne hohe Möglichkeit, dass dieser noch mal besser spielt. Alles so. Auf dem Alts. Also. So. Weck mit dir. Weck mit dir. Weck mit dir. Äh. Wir müssen das addern, damit muss sie zu ihm gehen. Wir müssen das addern. Nein! Ach komm schon. Wer ist da hinter? Nein, oder... Oh Gott, oder hinter mir. Wer war denn hinter mir? Wer war denn hinter mir? Ach so, sie war hinter mir. Komm schon, okay, sie ist da... Ach komm schon, das ist traurig. Statt drauf, Statt drauf, oder... Oh Gott. Okay, ich werde wieder lebt, sehr schön. Wir haben das addern. Okay, erst da hinten. Wir sind gleich mal nur... Nein! Ach komm schon, ernsthaft. Wow, ich liebe es. Welche Stellen sind so unangenehm? Welche Stellen sind so unangenehm, weil ich einfach... Das sind diese kleinen Pfützigchen... Weil auf einmal was hängen bleibt. Dann kann es sich dann vorbeischießen. Dann wird es da aufgehangen. Und das ist halt... Blöd. Leider. Oh naja, das sieht dann einiges besser aus als sonst, als vorher. Ja, was ist das? Äh... Ich muss mal ein paar Leute wiederbeleben, hoffentlich. Irgendwann mal. Ich glaube, ich darf mal den Typen... Oh doll. Wundervoll. Aber okay, jetzt trollt er. Wundervoll. Von wo? Hinter mir. Okay. Und schon wieder. Schon wieder dagegen. Ist auch unnormal. Also diese kleinen Bereiche, die einfach random getroffen werden, sind so kacke. Oh, okay. Gut. Dann bin ich wohl letzter. Schade. Wurde ich dann letztendlich angeschossen, weil ich jetzt sehr verwirrt. So. Okay. Ja, da habe ich jetzt nichts zu verdrehen für Geld, aber naja. Wenn ich jetzt einfach hier instelle... Drehe ich mich? Was bitte? Drehe ich doch um! Drehe ich doch um, Mann! Ah. Also wir können schon... Wir können schon... Okay. Egal. Ignoriert, was ich sage. Ich bin so unnötig. Ich folge auch mal der Phantom. Um diese ein bisschen zu verteidigen. Vielleicht. Oh. Wieso bin ich immer noch auf dem Bad? Das halte ich doch kaputt. Oh. Wieso war ich immer noch auf dem Bad? Das halte doch eigentlich fast instant kaputt. Ach komm schon. Sehr verwirrend. Nein, danke. Oh nein! Oh Gott! Scheiße. Ja. Ja, alles gerade unangenehm gelaufen. Ich verstehe nicht, weswegen sie mich noch sehen konnte. Was so ein riesiges Problem für mich ist. Sie hätte mich eigentlich gar nicht mehr sehen dürfen. Ich habe alles zerstört, was da stand. Also... Sie hätte mich lange nicht mehr sehen dürfen. Macht keinen Sinn. Du brauchst viel zu lange was zu werfen. Also... Wow, sowas hasse ich wirklich. Weil ich habe es sofort zerstört. Und sie habe mich trotzdem noch gesehen. Und dadurch konnte sie mich gerade überhaupt kehren. Was ich halt sehr komisch finde. Das sollte nicht passieren. Das sollte gar nicht passieren. Aber okay. Okay. So. Wir müssen auch Serum gewinnen. Das dürfte also hoffentlich irgendwann gehen. Aber ich bin am so schlechtem Treffen. Ich bleibe bei meinem Team. Welche beste Idee? Ja. Nein, ach komm schon! Mann! Wie kann das denn passieren? Ist doch unnormal. Wir haben gekehlt. Sieht was da an? Warte. Leute. Ach nö, komm schon. Und wo? Ach, natürlich ist der in der Ecke. Natürlich ist der in der Ecke. Äh. Ah. Solche Visual Fehler sind mir noch nie aufgefallen. Aber das ist gerade schon unangenehm. Oder wie ist das hier getroffen gerade? Komm schon, Kill? Sehr schön. Bleibt der wieder? Was ist denn da vorne? T minus 45. Uh, sie tritt. Sie tritt aber teilweise noch schlechter als ich. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Kill ihn! Geh sie doch! Dankeschön. Oh Gott, wieso heilst du? Bist du ein Idiot? Alter Leute. Jetzt kann er sie heilen, wenn er wollte. Weil jetzt komplett nichts zu ihm. Ach komm schon. Ich bin nicht wiederbelebt. So. Oh Gott, das war auch... Okay. Wir haben Gleichstand. Oh Gott. Sie darf nicht sterben, sie darf nicht sterben, sie darf nicht sterben. Ach komm schon. Ach komm schon. Na, unangenehm. Unangenehm. Gott. Also hätt sie dann Kill gemacht, hätten wir... Das war einfach blöd, dass der gestorben ist. Sie hätte einfach weg bleiben sollen. Wir müssen dann den Punkt annehmen. Und wenn ich dann einfach schon am Punkt bin, so... Dann hätten wir eigentlich die Zeit, um den einzunehmen. Bzw. wir könnten das verteidigen. Aber wie sie einfach gespielt haben, war einfach doof. Sie hätten beim Punkt bleiben sollen. Besonders, sie hätten hinten bleiben sollen. Äh, nicht brauchen sollen, gerade. Ist das unser? Ich weiß gar nicht. Hm. So. Hinter uns ist doch jemand, oder? Ich weiß nicht. Wir sind alle in dem mittleren Bereich. Oh, krass. Ich heim ja kurz. Oder auch nicht. Ich bin wiederbelebt. Ach komm schon. Ich bin zu schlecht. Kann ich heilen schnell? Oder so. Sehr schön. Oh, ich bin... Es ist halt wirklich schlimm. Gott, dieses... Hier ist Vice-Pack. Sehr schön. Gott, dieses Stimmbark ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Okay. Also... Es war doof, weil ich da gegen... Man darf gegen den Sniper nicht geradeaus laufen. Das weiß ja jeder eigentlich. Okay, da ist das Messer. Degen zu laufen wäre sehr... Eingrifflich. Ach, komm schon. Komm, ich will heilen? Leute. Leute. Bitte. Dankeschön. Oh Gott. Ach, komm schon. So. So. Ist der down. Ist noch der. So. Da ist noch gut da hinten. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin doch noch letzter, was doch sein Blödes. Ist aber naja. Ich... Dima ist kein Charakter, den ich viel spiele. Irgendwann ist ein Waffen spiel ich nicht viel. Ich hab mal die Mambo ausprobiert, weil ich dem was so selten spiele. Ähm. Gut, aber so schlecht ist es auch wieder nicht. 2000 Schaden gemacht. Äh. Sogar fast mehr als jeder aus dem gegenschen Team. Äh. Ablehnen, bitte. Ähm. Okay. Will ich mal sagen. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr welche Wünsche habt. Äh. Habt irgendwelche... Welche... Welche Rogues und solche... Rogues und solche... Alter Gott. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt. Welche Rogues und sowas ich jetzt nicht spielen soll. Gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten. Äh. Passt aber euch auf. Falls ihr gerne ein Like da abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.